einen wunderschönen sonntagabend und herzlich willkommen zur 262 folge der honigwabe und damit auch willkommen an meinen feurigen aber immer friedlichen kasper hallo schlomo schön dass ich ihr wünsche schön dass ihr da seid ja schon ich freue mich sehr auf diese folge vorab vielleicht waren es kurz was wir netzmal schon angemerkt haben dass wir das direkt zu anfang bewerben wollen damit es doch wirklich ihr bekommt es gibt jetzt so eine art deutsches babylon b und das sieht vielversprechend aus nennt sich bienenkurier link ist in der wie beschreibung schaut doch da mal vorbei würde uns sehr freuen genau bemängelt habe ich dass die springer axel springer eske alliteration bienenboote verpasst wurde beim titel aber naja jetzt heißt es so und wir werden lernen müssen damit zu leben wir werden uns irgendwie arrangieren so freunde ich hatte am donnerstag im live stream schon kurz darüber gesprochen mittlerweile gibt es neue infos darum geht jetzt noch mal nachschlag es geht um die algerische boxerin imana key lief die große kontroverse diese woche war ihr habt es alle mitbekommen dass imana key lief wohl ein mann sein soll sie kam es überhaupt zu dem gerücht sie wurde letztes und vorletztes jahr letztes jahr im märz zuletzt von der iba der international boxing association vom wettkampf ausgeschlossen weil es zu einem regelverstoß im zusammenhang mit ihrem testosteronspiegel und möglicherweise ihren chromosomen bekommen sein soll beides ist verschlusssache es gibt dazu öffentliche aussagen aber wir haben keine papiere der amtierende vizepräsident der wbo und ehemalige generalsekretär der ibo die sie letztes und vorletztes jahr ausgeschlossen hat er gab zum beispiel zu protokoll ich zitiere hier die algerische boxerin ist ein biologischer mann und jetzt wird es für mich so ein bisschen problematisch was genau ist ein biologischer mann was ist eine biologische frau so jetzt mal im ernst schlummer unabhängig davon ob imana key lief da was bei den frauen zu suchen hat wenn man das ist nicht der fall woran würdest du das festmachen ich glaube die belastbarste oder am allerwenigsten angreifbare definition ist eine frau ist jemand der darauf ausgelegt ist dass er kinder gebären könnte und zum beispiel zum arzt gehen könnte und den fragen könnte was stimmt mit mir nicht warum kann ich keine kinder gebären und dann könnte dir eine sinnvolle antwort bekommen also beispielsweise jemand der lupenreiner mann ist und zum arzt geht und diese frage stellt kriegt einfach die antwort gut du bist halt ein mann das geht eben nicht und da ist nicht meine untersuchung von nöten genau eine frau der könnte dann gesagt werden ja du hast diesen und diesen genetischen oder diesen und diesen medizinischen defekt den können wir beheben oder können wir nicht beheben und deswegen kannst du das nicht was eben eine krankheit ist oder eine pathologie ist eine abnormalität an dir ist aber du bist eine frau ich habe mir mal wenn mir das empfohlen wurde in einem live stream vor zwei jahren oder so einen vortrag von era birkenbiel zu dem geschlecht und homosomale störungen eingezogen und ein seltener defekt sie hat das ergebnis als superfrauen bezeichnet dieser defekt sieht so aus dass ausschließlich weibliche genitalien vorhanden sind person äußerst weiblich aussieht und einen ausgeprägten kinder wunsch hat aber steril ist also nicht gebärfähig ist das man wenn da irgendwo ein komplett defekt des y homosom im spiel ist würdest du so eine person mit er adressieren ich in dem fall wäre es wahrscheinlich im besonderen respektlos beziehungsweise einer form das zu tun weil diese leute ja tatsächlich im glauben also im legitimen ich sehe aus wie eine frau wurde geboren der arzt hat gesagt ich bin eine frau meine genitalien sehen aus wie die von einer frau großgezogen wurde das ding ist technisch gesehen sind das soweit ich weiß männer mit einem starken genetischen defekt also das ist was meines wissens auch in der medizin gesagt wird ja auch da ist damit dass das große probleme dass der der reine mensch ja der ist ja erstmal weiblich also grundsätzlich haben wir alle die veranlagung frauen zu werden ohne dieses y das dann auch nicht defekt sein darf dann wirst du zum mann also der normalfall ist quasi frau es sei denn da ist noch was anderes vorhanden was dann dazu führt dass männliche merkmale ausgeprägt werden wenn dein bester kumpel jetzt mit so einer person zusammen ist mit so einer super frau dann ist der nicht ein bisschen schwul oder doch vermute ich von der grundsätzlichen veranlagung her nicht aber ich würde sagen man könnte das als schwul klassifizieren ich weiß nicht mehr eigenartigen terrain weil es ist keine frau du würdest das nicht merken du würdest das nicht sehen du würdest das nicht hören du könntest die nackt sehen und würdest denken als eine frau aber technisch gesehen sind die genitalien einfach falsch gewachsene männliche genitalien also sehen halt aus das problem das ist das problem warum meint ich halt dass der 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 reine mensch ohne zusatz ist halt weiblich also dass das ist der normalfall weibliche genitalien sind quasi der normalfall ich meine wir reden hier von genau diesen unfassbar seltenen fällen die herangezogen die mit der transideologie nichts zu tun haben gar nichts ja die da nur herangezogen werden ironischerweise weil es eigentlich auch das narrativ an sich untergebt das narrativ ist sie eigentlich geschlecht ist etwas soziales und insofern kann eigentlich jeder alles sein aber es wird hereingezogen um die leute oder herangezogen um die leute erst einmal langsam daran zu führen im sinne von das ist auch biologisch in seltensten ausnahmefällen manchmal nicht so klar also öffne dich mal für unsere generelle logik ne aber das untergräbt man eigentlich also wenn man das überhaupt du kannst nicht mal so eine superfrau werden durch eine geschlechtsangleichung oder ähnliches du kannst so viele hormone fressen wie du willst also nicht mal so eine superfrau kommt dabei raus ja die immer noch ein defektes y-chromosom hat ja mit diesen seltensten fällen und damit dass sie das in den vordergrund rücken untergraben sie die hauptbotschaft ihrer gesamten bewegung und zwar geschlecht ist sozial und was wir im kopf haben entscheidet darüber wenn dem so wäre dann wäre es ja überhaupt nicht wichtig was es an seltenen biologischen abweichungen gibt ja gut ich wollte auch hier nur etablieren dass ich denke bei extrem seltenen anomalien wird es schwierig mit dem begriff biologische frau also chromosomale frau chromosomal mann okay keine frage aber heißt ist biologisch chromosomal und wenn ja warum sagen wir das dann nicht ich würde also ich würde die definition wie gesagt da ziehen ist das jemand der eigentlich in der lage sein sollte das andere geschlecht zu befruchten aber es wegen genetischen fehler xy nicht ist oder ist das jemand der eigentlich in der lage sein sollte kinder auszutragen aber es wegen genetischen fehler xy nicht ist also das ist genau da hast du hast du bei der super freie probleme so weit ich weiß entwickelt die sogar eine verkümmerte gebärmutter hat halt nie die periode also dass das kommt dazu gar nicht erst aber grundsätzlich also die körperliche veranlagung ist sehr viel näher daran daran ein kind zu gebären als eins zu zeugen okay ja gut dann hättest du da gute argumente dafür zu sagen dass das da wie gesagt extremst seltenen ausnahmefällen interessant finde ich ich hoffe ich höre syndrom ist wir sind also bestimmt 20 verschiedene syndrome und auch da ist bei den meisten ziemlich klar was das eigentlich werden sollte bei dieser super frau also dieser östrogen überschäumenden augenscheinlichen frau die aber defekte oder ein defektes y-chromosom hat da kommst du wahrscheinlich gleich zu aber da ist meine erste frage das scheint ja nicht der fall zu sein denn das ist ja keine super frau sondern das sieht halt aus wie ein ja richtig richtig also das ist da überhaupt nicht der fall bei imanek lief es gibt aber einen naheliegend verdacht es ist bisher nicht öffentlich was da los ist ja ich kann hier nur mutmaßen aber da gibt es so ein paar hinweise und der verdacht der da vorliegt ist das sogenannte swyer syndrom dabei werden halt weitestgehend weibliche genitalien ausgebildet was nicht heißt dass sich nicht ein hoden im inneren des körpers befinden kann oder wohl auch außen sichtbar sein kann je nachdem ja aber im großen und ganzen werden da schon weibliche genitalien gebildet eine pubertät bleibt aber aus und als beispiel du müsstest gleich mal das nächste bild zeigen brüste bilden sich bei mädchen ja im laufe der pubertät wenn jetzt das nächste bild siehst einblend ist wo man beide sehen kann übrigens wie tut die bildqualität leitet ist die beste aufnahme die ich finden konnte die das mal verdeutlicht ist so dass helif absolut keine brüste hat so die konkurrenten aber sehr wohl also ja athletinnen die am natürlichen körper fettanteil als die gemeine frau auf der straße aber trotzdem haben ja auch kampf sportlerinnen in der regel zumindest einen ansatz von brüsten ja bei helife ist da gar nichts was mich darauf hindeuten dass eine pubertät nicht stattgefunden hat obwohl die also deutlich volljährig ist es scheint aber eine in die andere richtung stattgefunden zu haben ist was ich dann komisch finde also ents sieht so aus wie jemand der eine männliche pubertät durchgemacht hat von dem körperbau her auch von den gesichtszüge ja das sind ja keine jungen gesichtszüge das sind männer gesichtszüge ja ich möchte das noch kurz ergänzen mit einer interessanten stellungnahme des unbischen komitees das stützt meine vermutung also bei diesem swyer syndrom handelt es sich um ein sogenanntes differences in sexual development problem hat zu deutsch varianten der geschlechtsentwicklung also anomalien letztendlich und das olympische komitee hat gestern auf twitter folgendes gepostet heute sagte der ioc der präsident des internationalen olympischen komitees zitat aber ich wiederhole hier geht es nicht um einen dsd fall also zum beispiel swyer syndrom sondern um eine frau die in einem frauenwettbewerb teilnimmt und ich denke ich habe das schon oft erklärt das ding ist die tat ende an diesen worten kann man ja jetzt überhaupt nichts mehr festmachen weil es wurde uns tausendmal von selber erklärt nein vertrauen das sagte er zitat ende was gemeint war doppelpunkt sie korrigieren die aussage vom vortag was gemeint war doppelpunkt aber ich wiederhole hier geht es nicht um einen transgender fall sondern meine frau die in einem frauenwettbewerb teilnimmt und ich denke ich habe das schon oft erklärt also in anderen worten es geht eben doch um einen dsd fall also einen fall einer geschlechtsentwicklungsanomalie sonst müsste man die aussage nicht korrigieren und das dsd rausstreichen irgendwas was für kelly vorteil bietet ist da also los man will uns aber offensichtlich nicht sagen was das ist es gab ja auch das video also ich weiß jetzt nicht wie belastbar das ist hast du sicher gesehen auf twitter wo es so außer als wenn da was am rumschwengeln wäre also ich ich meine ein video gesinnt haben wo endlich die eier zurecht drückt genau ja und das auch so aus als wenn da etwas zum zurechtdrücken wäre ja 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 klar ja ja das sah so ein bisschen so aus man jetzt immer schwierig bei so einer kurzen sequenz aber aber ja also ich will jetzt auch der tiefschluss gewesen ist ich bin mir jetzt nicht sicher inwiefern frauen beim wettkampf du hast ja noch ein bild da sieht man dann auch sie einen tiefschutz ja ihre gegnerin allerdings nicht das ist natürlich auch merkwürdig ich bin im frauen boxen jetzt nicht sonderlich bewandert ich meine aber dass das ist eher ungewinnig also was soll denn da geschützt werden ja bei bei beim kickboxen klar da kannst du dritter bekommen der geht dann aus versehen in die eier aber wie häufig passiert das dass du beim boxen jemanden in die eier haust und zwar so sehr dass selbst eine frau davor geschützte muss also wenn du eine frau aufs schambein haust mit mit der blanken faust sagen wir mal dann tut das tendenzieher wahrscheinlich hier genauso wie wie ihr also du musst wirklich schon von unten rein boxen damit das wehtut um ist halt knochen also eier sind da nicht vorhanden ich sage jetzt nicht dass es unbedingt so ist aber ich halte es für im rahmen des möglichen dass man hier nur gegessenheit wird und dass wir es hier eben doch mit irgendeinem tanzfall zu tun haben also nein nein ausgeschlossen 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 ja ja wir haben es gibt habe ich jetzt hier nicht drin aber das haben wir uns am donnerstag im live schon angeguckt es gibt mehrere bilder mittlerweile von der kindheit von krelief eindeutig vor pubertär ein mädchen gewesen aber ist nicht möglich also vor allem vor der pubertät kann man sich auch noch eher so zurecht machen ja keine ahnung da hast du nicht unrecht gleichzeitig wäre sowas in algerien strengstens verboten aber lass mich der reinfolge nach erstmal die erklärung die da noch in dem tweet enthalten ist zu diesem tiefschutz da steht irgendwie dass sie den wohl anhatte weil es hat jetzt irgendjemand auf twitter geschrieben ja von daher bedeutet gar nichts aber den soll sie wohl anhaben weil sie gerade ihre menstruation hat ach so ja ich meine frauen laufen ständig so rum wenn die gerade menstruieren also ja also auch da ist dann ist dann die gefahr höher dass ein schlag aufs schambein betelt ich weiß nicht so ganz ja das ist die maxi 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 binde ja um um sicher zu gehen ja gleichzeitig sind frauen mit einer dieser zahlreichen geschlechtsentwicklungsstörungen nach meinem kenntnisstand immer steril und haben daher gar keine periode kurz gefasst da passt einfach vieles nicht zusammen hast du von der geburtsurkunde gehört nee okay jetzt hat das thema mit ihrer möglichen männlichkeit natürlich international die runde gemacht und dann scheint sich der vater nötig gesehen zu haben die geburtsurkunde seiner tochter zu präsentieren was absolut gar nichts beweist hat die seriöse debatte die findet ja nicht da statt wo behauptet wird dass imane ein transgender ist sondern da wo bezweifelt wird dass sie dass sie xx chromosomen hat das heißt ein wangenabstrich und kurzer test ich meine das wäre in 48 stunden machbar wird die leute ein für allemal zum schweigen bringen also was wir brauchen ist ein stück papier auf dem steht labor xy muss ein seriöses labor sein kommt zum ergebnis xx chromosomen diskussion beendet was soll denn die geburtsurkunde bedeuten also die könnte man fälschen die könnte man das könnte damals schon fehler gewesen sein das könnte sein dass die algerischen behörden damals von von diesem endeffekt gar nichts wussten und gesagt dann sieht weitestgehend weiblich aus ist mädchen weißt du es bedeutet gar nichts stattdessen präsentiert uns das halt um um irgendwas zu beweisen gut und inwiefern sagt er die unwahrheit wie hier getitelt wird ja pass auf also das macht die sache dann noch schlimmer er nicht nur würde das nichts beweisen selbst wenn das alles zweifellos korrekte papiere wären es es wird schlimmer ja ich lese mal vor philipps vater hatte dieses dokument in die kamera von tv-reportern gehalten und wörtlich gesagt dies ist unser offizielles familiendokument zweiter mai 1999 weiblich dieses dokument lügt nicht es wurde im jahr 1999 registriert die menschen die lügen und eine kampagne gegen imane führen sind die feinde gottes dieses dokument wurde 1999 geschrieben als sie geboren wurde startende diese weiter der vater von imane keelief sagt also eindeutig und ausdrücklich dass es sich um ein 1999 ausgestelltes original dokument handelt nochmal zitat es wurde 1999 geschrieben als sie geboren wurde news hat dieses dokument von imane keelief das der vater selbst als 1999 ausgestelltes familiendokument beschreibt ausgewertet tatsächlich steht dort das geburtsjahr 1999 wobei der geburtstag in arabischer handschrift nicht genau zu entziffern ist aber und das könnte die sportwelt erschüttern offenbar wurde die geburt zur kunde eben nicht im jahr 1990 ausgestellt wie der vater im video ausdrücklich behauptet sondern erst viele jahre später in der rubrik ausstellungsdatum steht 2018 schrägstrich 04 schrägstrich 01 was also rund 19 jahre nach der geburt von imane keelief auch ein stempel ist auf dem dokument zu sehen auch dort im roten stempel ist klar das jahr 2018 erkennbar wenn auch spiegel verkehrt das dokument hat das der vater in die kamera zeigt belegt offenbar wurde imane keelief erst im jahr 2018 amtlich zur frau erklärt pünktlich zum beginn der boxkarriere der zufälle gibt es stinkt für mich zum himmel ich weiß nicht was da los ist aber irgendwas ist da los ja auch also die kinder fotos die du erwähnt hast wenn du einen jungen zurecht machst als mädchen dann sieht er in der regel überzeugender aus als erwachsenen und genau das ist auch bei enz der fall also enz als kind mit halt keine ahnung zöpfchen oder langen haaren und geschminkt und kleidchen sieht mehr aus wie ein mädchen als enz jetzt als angeblich erwachsene frau die pubertät scheint eher ich stimme dir zu ich stimme dir zu die die frage ist nicht die also ist das wirklich möglich mit dem kind was im jahr 1990 geboren wurde also niemals mal an das geburtsdatum stimmt in algerien oder strengstens verboten ist also die du siehst den fahrer glaube ich auf dem bild mit seinem edeka edeka ähm ähm äh was ist das ein ein t-shirt polo shirt genau ähm also das ist keine familie die im palast wohnt oder so und die ziehen das dann durch und bestechen die entsprechende stellen und so und ziehen da einen jungen als mädchen groß in der hoffnung daraus dann eine boxerin zu machen ich habe keine ahnung was was kann man sagen man kann sagen dass ich meine eier darauf verwerten würde dass imana kalif eine geschlechtsentwicklungsstörung hat und eigentlich ein mann werden sollte das hat aber nicht geklappt das ist ja auch kein problem die frage ist aber ob jemand der durch einen derartigen indefekten vorteil im wettkampf hat bei den frauen mitmachen sollte ich würde an der stelle einfach mal macht jetzt wenig sinn sollte sie bei den frauen mitmachen ich mache mal trotzdem eine umfrage ja ich werde wenn dann müsste man erst mal feststellen was ernst ist also wir haben ja keine fakten grundlage und ich denke nicht das liegt daran dass die fakten in eine richtung gehen die das ganze koscherer aussehen lassen so ist es ja auch das meine ich habe das noch nicht ausgeführt die ibo die hat ja gesagt da ist was ja da ist was also irgendwas ist da und das olympische komitee sagt das ist für uns eine frau und fertig ist jetzt wurde die international boxing iba verzeihung warte mal kurz nee doch ibo organization dankend diffamiert dass die irgendwie putin nah wäre und der ehemalige präsident keine ahnung man schon mal mit orban kaffee getrunken hat oder so ein scheiß die sache ist ja die das mag ja alles sein aber dann könnt ihr das doch trotzdem prüfen also dann macht doch ein test ja nicht wollen sie ganz einfachen test in jeder zelle deines körpers ist kodiert was für eine dna du hast ist kodiert was für chromosomen du hast also ist problemlos festzustellen ja gut was sagst du also meine die frage wird jetzt eigentlich die ich glaube wir sind jetzt da recht einig dass sie bei den frauen nichts zu suchen hat sollte es eine weitere kategorie gehen keine ahnung als als unterkategorie bei den paralympics also ich weiß es nicht ja auch diesen leuten möchte nicht absprechen einem wettkampf teilnehmen zu können ja aber wenn und auch das habe ich versucht herauszufinden du findest keine quelle die offiziell sagt wie hoch denn der testosteron spiegel damals war die meldung war halt dass der testosteron spiegel erhöht war und wir hatten das ja schon mal in der sendung also der testosteron spiegel der durchschnittliche testosteron spiegel eines mannes ist etwa zehnmal so hoch wie deiner frau und auch da bei den extremen überlappen die sich nicht mal also es ist nicht so dass es frauen gibt jetzt kein gendefekt haben oder so deren testosteron spiegel so hoch ist dass sie gleich ziehen mit einem mann der ohne gendefekt einen sehr niedrigen testosteron spiegel hat nicht mal dass es überlappt sich nicht mal wenn die hormonblocker gegeben werden und so weiter ist das der fall weswegen auch explizit in sportlichen wettkämpfen zum beispiel im radrennen habe ich das mal gesehen da habe ich die zahlen auch vor augen auf jeden fall grob der durchschnittliche wert für trans frauen in anführungszeichen die da antreten um das ich glaube irgendwie vierfache oder so erhöht wurde im vergleich mit normalen frauen also das was die dürfen das was man da festgelegt hat als wert den eine frau noch haben darf seitdem der trans frauen mit mädeln ist viermal so hoch als was bei einer frau eigentlich überhaupt möglich ist so grob könnte auch dreimal so hoch sein aber also um größten ob das keinen vorteil bringen würde ne exakt exakt keine ahnung ich sag halt erst mal muss erklären was ernst ist also bevor ernst jemals wieder irgendwo antritt macht ernst erstmal ein speichel mundabstrich und dann gucken wir uns an was ernst eigentlich ist und ja keine ahnung wie gesagt kannst du extra kategorie machen kannst ends bei den männern mitmachen lassen wo ends auf keinen fall irgendeinen vorteil haben wird aber ich schätze halt auch also wie gesagt worst case könnte es sein dass es ein beschiss von anfang bis ende ist ich denke halt eher es wird schlimmer sein als am ende kleben bleibt an geschmack in unserem mund einfach weil einfach einzuholende informationen uns nicht gegeben werden ja das heißt die werden nicht in die richtung aussehen das denke ich also wenn das doch alles gar kein problem ist wenn das eine frau ist egal was weil in ihrer geburtskunde steht der frau und sieht die jetzt frau dann können wir doch ein gentest machen also ja und man muss festhalten dass ich nicht in diese diskussion vertiefen mit den transaktivisten für die gilt ganz einfach sie dafür zu verspotten dass sie jetzt biologie zum thema machen biologisch gesehen der hat aber diese und diese störung das ist da gar nicht so einfach zu sagen ja seit wann ist biologisch gesehen irgendein argument seit wann ist biologisch die entscheidende kategorie entscheidet euch entweder geschlecht ist sozial geschlecht findet zwischen den ohren statt oder es ist eine harte biologische kategorie und insofern wollt ihr dann diesen einen fall durchwinken dann aber bitte auch eure groß angelegte kampagne um ändern von trans frauen in dem sport zu oder trans frauen in frauensport zu männer mit massiven biologischen abnormalitäten in den frauensport das wären dann weltweit sieben oder so ja gut ich bin immer die umfrage tatsächlich zehn prozent sagen ja sollte sie bei den frauen mitmachen zehn prozent sagen ja 90 prozent nein der männer ist immer noch eindeutig hätte gedacht ihr sagen 98 prozent ja gut entlassen möchte ich euch mit einem zitat von imane gelief das folgende sagte sie nach ihrem letzten sieg ich glaube gestern war das ich bin sehr stolz hier in paris eine medaille für mein land mitzubringen ich habe sehr hart gearbeitet um hier zu sein das ist ein sieg für alle frauen für mich original politisch links fast schon hirn tot ja interessant dass diese ton dann getroffen werden von jemandem der ja angeblich groß geworden ist in einer konservativ muslimischen familie in agerien normalen verhältnissen ja das ist dissonant der scheint dann offenbar also entweder ist es halt ein kompletter opportunist der nicht viel auf seine wurzeln und seine eigentliche kultur hält oder die hatte vielleicht ein anderes upbringing als man das so erfahren hat ich glaube ins will nicht wahrhaben dass irgendwas nicht stimmt und ins denkt ins wäre eine ganz normale frau dann wäre längst die frage wie kann ein sieg einer ganz normalen frau in einem wettkampf für ganz normale frauen ein sieg für alle frauen sein mir fällt gerade auf was wichtig ist ein zum trans thema weil du ja den punkt angebracht hast dass in muslimischen ländern zu erwarten wäre dass das überhaupt nicht geht dass man einfach sagt nein wollen wir nicht und das nicht so durchgewunken worden wäre dass sie nicht da so hätte leben können oder wenn dann nur in extremer geheimhaltung im iran ist es eine große sache ist ein schiitisches land ja ist eine große sache dass schwulen sogar staatlich das angebot gemacht wird um ihre homosexualität zu entkriminalisieren dass sie eine geschlechtsumwandlung machen zur frau die erkennen das an es gibt also große islamische länder die erkennen offiziell die gesamte trans thematik an und wollen so ja die schwulen entschwulen indem man sie halt zur frau macht weißt du was passiert wenn man wenn man das angebot ablehnt ich glaube kastration oder ne todesstrafe naja okay also ist es quasi todesstrafe oder kastration und dann so tun dass jemand eine frau genau also in der islamischen welt ist das keine so klar geregelte sache insofern wie gesagt ich sehe eine gewisse chance ich würde kein geld darauf setzen aber ich sehe eine gewisse chance dass wir von anfang bis ende beschissen werden und das einfach ein mann ist das halte ich für möglich ja klar möglich ist es wirklich ist ich würde mein geld auf einen auf einen gendefekt setzen und das nicht wahrhaben wollen dass dieser gendefekt hat vorliegt man könnte es halt so einfach prüfen aber offensichtlich will man das nicht stattdessen präsentiert man uns der geburt zur kunde die gar nichts beweist also selbst mit dem richtigen datum hätte die gar nichts bewiesen gut das war's auch schon ja alles klar ich hoffe ihr hattet alle spaß seid auf eure kosten gekommen ich fand es lustige folge und wir sehen uns dann in alter frische wie immer nächsten sonntag wieder hier live um 18 uhr bis dann haut rein und macht's gut